Kommt zurück zu zu hardware rivals wieder die Map HARDWASS revals nicht vergessen nk natürlich kann es sein dass du letzte Runde nicht einmal gewonnen also die letzten 10 Runden nicht einmal gewonnen hast, wenn du im Gegnerteam warst. Nee, das war letzte Runde im Winning Team, oder? Aber das war mein Team. Ja, egal, ich hab gewonnen, oder? Deswegen sag ich ja, nicht in meinem Team. Du musst wenig scheiß Kämmer zu erreichen, oder? Du bist wieder im Gegnerteam, ey. Und ich hab die schon angeschossen. Schock. Ja, ich krieg der Kämmerkrieg auch noch, weil sie einfach in den Reihen kommen. Ah, hab's glaub ich gesehen. Ach, das ist Deathmatch. Shit, ich hab noch nicht mal einen Kill bekommen. Was soll die Scheiße? Ja, das ist Kämmer. Ja. Ach, fuck off, ey. Oh, shit, mein erster Kill. Und du hast schon 2, ey. Lügt doch nicht. Was soll die Scheiße? Ich hab's schon übernommen, Alter. Ich hab's schon übernommen, Alter. Oh, ich hab's schon übernommen. Wie hab's schon übernommen. Ich hab's nebstgegen, Alter. Ich hab's nicht без mehrfach Hunger. Ich hab's nicht nur gegen das utilizziert. Wo, das ist das normale Deathmatch. Ja, Vorbereitung habe ich nur bekommen. Fick dich, Mann. Was ist eine Scheiße? Fuck off, ey. Das, was, Dienstzeit. Ich habe nicht 200 Kills gemacht oder so. Oh, schief. Mal schauen, wo es ist. Das ist eine Scheiße. Das ist eine Scheiße. Das ist eine Scheiße. Wo hast du gesucht? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich weiß, wo es ist. Aber ich bin zu weit weg. Ich glaube, da ist einer oder ist der oben drauf. Oh, shit. Aber ich bin zu weit weg. Jo, ich sorge dafür, dass der scheiß Camper verschwindet und abgeballert wird. oh verbindungsaufbau weißt du jetzt wo systempurchase wo war es denn also ich habe das gefühl dass alle so richtig hart inkompetent sind da hat er mich gefunden ich habe mich gesehen ich habe gelauert guck dir raus das ist ein Loch die 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 habe ich schon kommt einfach nicht damit klar dass es einfach schon jeder hat aber geht mir hart auf die eiermann bestimmt bist du das der mich jetzt so jagt wie so ein wir haben da da bin ich gerade schlecht ich werde gespawnt direkt auf dem kopf oder was ok alles klar die schlechteste runde die ich in meinem leben gespielt habe alter hallo stirbt doch endlich ja also ja aber da habe ich noch nicht und er ist mir ja nicht mehr frau Da schieße ich ihm halbe Stunde einfach in den Arsch. Passiert einfach nix ey. Shit, jetzt habe ich zwei Raketen abgefeuert. Das war's für heute. Das war's für heute. wenn er die Fenster oben in den Kopf kommt. Das geht doch zu dem, dann er geht mir hin, Alter. Richtiges Kampf, Alter. Als ob, Alter! Da kam er von hinten, ey! Ja, 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 wie hieß du, Alter? Ja, ich winne, Alter. Als ob, ey. Geh mir zu rechts entziehen. Ja, okay, ich hab sie eigentlich mal gewinnen lassen, damit du weiter mit mir spielst. Ne, der hat mir raus von dem Spiel zerlegt, Alter. Stufe 19. Oh, wie hab ich bekommen? Cool. Ja, ich bin bestimmt dein Rivale, Alter. Dann siehst du mal, wie gerne mit dem Panzer aussieht. Aber sie ist leider, glaub ich, nicht von hinten. Ja, ja, ja. Ich schwärzt weiter. Schwärzt weiter. Du hast ja keine Zeit hier irgendwo ab einzustellen. Man muss... Doch, ich hab jetzt kurz was anderes eingestellt. Ich hab jetzt den sechsten Sinn. Ich denke... Ich weiß, wo dein... ...popürchen ist, damit ich's abknallen kann und drauf... ...spucken. k im mir werden die ganze Zeit angezeigt und man will er dort wird die betreten niemand aber auch nicht niemand Du bist es nicht wert, du bist es nicht wert, ey. Du bist bei mir aber Vergeltung, Alter. Wunsch der Sohn hier zu spüren. Ah, cool. Pickups werden bei mir angezeigt. Wow. Ist das nützlich, ey. Boah, scheiße. Ich bin grad richtig, oh mein... Alter. Ja, und ich hab jetzt den Shit. Und ich verfehle einfach wie ein Ochse, Alter. Ja. Und ich treffe ihn nicht, oder was? Okay, gut zu wissen. Ich hasse das Spiel. Und ich hasse dich. Ja, alles klar. Ja. Ich hab hier eine Gläser, Alter. Und jetzt. Und ich hab hier einen Spieler. Ja. 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 Und ich hab hier eine Gläser. Ja. Ja, ich hab hier einen Deutschen. Und ich hab hier einen Stroess. oh mein gott ich habe jemanden getötet ich habe wirklich jemanden getötet schade hier ist es nicht dann warte ich einfach auf euch freunde kommt nur ich habe mir schon im bunker gemütlich gemacht aber keiner hat den scheiß luftschlag geholt du wolltest es gerade holen da ist jemand in ich habe es gerade gesehen ich weiß wo es ist nein es hat schon jemand aufgehoben oben auf dem dach da wurde so hoch heute ja Alter, fickt durch Fuck Ich glaube ein Max, ja da ist eine Missle Max Ich glaube ein bisschen die Sniper-Tack und den nächsten Ingenierungen mit was denn mit normalen schuss ja wir wurden herr abstauben ich habe jetzt ein ziel des tages meine rache ist irgendjemand namens ja vielleicht ist der wie killing spree oder so ja 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 ich kann nichts machen als ob alter als ob ich würde eigentlich nicht kuschelnd sein, man würde sich alle eingehen No, no, das weiß Gott, ich hab ihn. Nichts! 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 Oh scheet! Nein, nein, geholt bin ich nicht. Nein, ich hab dich noch überholt! Ich glaub's nicht! Schieee, war das erste oder zweite Runde? Das war zweite Runde jetzt. Schieee. 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 Da wurde ich halt noch eurer Storm. Kann man mal machen. Ne, hol, hol, hol. Obwohl ich so richtig hart scheiße gespielt hab, naja. Was? Ich? Viele. Ja. Ich hab noch nicht die mal mit Björn hochgeladen. Also Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.